Ich halte eine Albe in meinen Händen, ein weißes Untergewand. Albe heißt Weiß. Das weiße Untergewand erinnert an das Taufkleid, an das Kommunenkleid, an das Brautkleid. Weiß ist unserer Kulturzeichen der Hundeschob. Und es zeigt aber, dass der Bischof hier, wie wir alle, ein Getaufter ist, ein Mensch, der von Gott aus der Welt ist. Und der Rest interessiert mich. Also sozusagen in dem Moment, wo ich dieses Gewand anziehe, stehe ich nur noch als getaufter Mensch vor mir und der Rest von mir verschwindet gar nicht so in diesem Gewand.